So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shimmiger mit Tensei, Devil's Revival 2. Ja, wir haben den Kampf angefangen gegen Dead Meat. Das klingt fast wie das Fleisch. Dead mit T-H-A-T. So. Okay, wer fielst du vielleicht doch keine falsche Wahl gewesen? Ja, war doch keine falsche Wahl. Autsch. Ja, du füllst nicht. Paralysiert. Yay. 113. Weg. Fast. 39, schade nix. Ähm. Ja, komm ruhig runter. Das Vieh bleibt zum Glück recht weit hinten. In der Reihenfolge. Find ich gut, find ich gut. Ich hab das Gefühl, es macht dann doch nicht so viel Schaden. Warum häufen die sich da drüben eigentlich so? Äh, ich könnte die jetzt angreifen, aber die mach ich nicht. Okay. Ja. Zuerst der hier hinten. Oh, ein bisschen das, ein bisschen das. Das geht schon alles. Yay, passt doch. So, kannst dich nicht bewegen. Oh, Elektronik hat jetzt nicht unbedingt sein müssen. Tja. Aber ist halt gekommen. Muss das Vieh da mitlegen. Natürlich ja, ne. Ich weiß nicht, was das bringt. Ja, gegen Io. Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das so ne gute Idee ist, wie das Vieh. Wann schein schon. Komm. 108. Abufu. Yay, passt doch. Uuuuh. Uuuuh. Io, äh... Jetzt ist eine Vieh fast tot. Das ist nicht gut. Ähm. Zunica Jokea. Zunica Jokea. Kann auch damit ziemlich gut saubern. Auch nicht schlecht. Du... Oh Gott. Jawoll. Wir treffen dich zuerst an. Da sind zwei Skelette. Ah, ok. 103. Schön. Komm. Ich bin dran. Ich bin dran. 45, ja. Halleluja. Hm. Ja. 498. Yay. Und weg ist es. Äh, Assassinade. Nö, brauche ich. Brauche ich nicht. Tau mir das Vieh gleich weg. So. Oh. Oh, vergiftet. Ja. 130. Und weg. Oder auch nicht. Hm, greife ich es jetzt an. Dann wäre es halt weg. Nee, ich halbe es. Angreifen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das Vieh verreckt sowieso später. Hau mir die beiden hier auch noch schnell weg. Also bis jetzt ist der Kampf wirklich gar nichts. 97 weg. Somit Jusen muss ich dann ein bisschen heilen. Beziehungsweise. Das ist okay. Das geht schon. Ja, das passt doch schon. Oh. Das Vieh ist jetzt um dran. So. Die Ocean. Bräuchte ich rein theoretisch gar nicht. Egal. Passt schon. Die Astrophysen. Ja, ja. Ich bekomme wieder etwas Schaden rein. Also. Der Kampf ist jetzt auch nicht grad schwer. Oh. Stimmt. Uh. Geil. Ähm. Okay, dass die ja doch platt machen sollen. Geil. Total vergessen, dass Jus' Vieh fast tot war. Yeah. Okay. Scheiße. Jetzt hab ich nicht die Viecher, die ich nicht mehr muss. Scheiße. Wegen einem einzigen Fehler. Uh. Ja, geil. Hätte auch wichtiger sein können. Ähm. Ugo-Lores heilen. Ja. Nicht mehr durch. Du hingegen bist mir nicht durch. Häuser-Damatsch. 38. Sehr schön. Ja, heil dich. Greif mich an. Das wird die ganze Aufmerksamkeit auf Joe lieb. Ehrlich. Tja. auch geil daneben zu nachtig und fisch weg also ehrlich ist es wirklich unfassbar wie die ganze alle oder feier toll wenn er weiss hätte das nicht auch nicht sagen können so sie machen die Feuerschaden der King Post mehr sie machen was mehr vorstehen als mal so ist noch genau ein bisschen schwören es ist blöd egal nicht angreifen hier ja werfen wird sich selbst jetzt kann ich das ist zwar nicht viel aber zumindest mehr so der hat nicht mehr wer wird das ganze vergiftet weiter ja ja weiß ich schon ne schade bei dir nicht tot und greift mich an vielen dank wenn die ganze mit diesen angriff machen dann passt es eigentlich weil nicht bis zu hey und ich bin nicht vergiftet so heilen so nach einer stärkung für mich geht es hier auch weiter ja ja daichi kann sich um den kümmern beziehungsweise ich glaube was macht es ähm alien and divine aha noch kümmere mich nicht kümmere mich nicht um den da physische angriffe wenn ich direkt vor ihm stehe und auch mowdown einsetzen kann wäre jetzt auch nicht so cool wenn es jetzt einsetzen würde und dann auch noch mal danach machen so daneben klar so back mit ihm das schöne ist dass der angriff von dem wie dem netten joey hier dem power da keinen schaden macht aber ja jetzt gleich trotzdem an das ist auch gut der bekommt eigentlich ganz gut schaden er bekommt echt gut schaden ja die 40 ok besser ok äh toll da komme ich noch nicht dann einer von denen hatte doch Mann der ist wahrscheinlich tot was ist das eigentlich für eine Fähigkeit nicht Daichi oh es gilt nicht Daichi so äh ach so schade kann ich nicht weiter uuuh ich hab Joe überlebt ich hab allgemein meine Gruppe überlebt ja die überlebt auf jeden Fall oh Joe fast oh ja ich komm da nicht hin das ist echt scheiße mit dir Arama oder mit dir? oh die Arama sollte hier besser sein so so mit dir Ende Ende ähm und hin und angreifen das greifen wir hier an am besten ja toll ich kann sie angreifen oder nun mal ja 46 46 schade 19 wow 47 6 was hat er gerade gemacht? P3 oh das physisch ist doch besser gegen den wie ich gerade sehe 71 Kingfrost jawoll hm ein hoch für den Kopf Autsch auf geht's ein hoch für den der den meisten physischen Schaden hat au au der zweite macht immer schön Schaden Modon ja einer weg der sieht mich nicht boah weg ist er yay also der war eigentlich auch nichts besonderes hm was machen wir jetzt? ah das geht so End-Boss brauch ich nicht ja hauptsache ich hab's ja wir haben es geschafft Chaz yay Leblops regnet Leblops es regnet Leblops alles klar wir haben es besiegt allerdings es wirkte irgendwie schwach ja leider schon wahrhaftig ich hab nicht ich hab nicht den Sinn dafür bekommen also ich hab nicht gespürt ich hab nicht das gleiche gespürt was ich von Dubu oder Merak oder von den anderen als äh Fred ja Fred halt als 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 gefährlich empfand hm ich glaub nicht äh boah wenn man's aber anders äh hinstellt wir sind schon ziemlich äh schon durch ziemlich heiliges Zeugs durch bis jetzt hm du meinst wir sind stärker geworden boah das ist stimmt schon irgendwie hm jetzt seit du's erwähnst ich fühl mich irgendwie so Mensch es ist es ist was Gutes wenn es wahr ist allerdings äh andererseits äh ja ansonsten wäre ich ziemlich nervös äh dass es so einfach war hm Scheiß dein Handy klingelt hm Scheiß ich hab gehört du hast mehr gerät äh niedergetan gute Arbeit hier sind immer noch mehr hier sind immer noch mehr kein Problem die restlichen von den äh um die restlichen wurde sich schon gekümmert ich würde gerne wissen was deine Meinung zum Kampf ist es war einfach interessant also es ist auch bemerkt ja wenn man es mit den anderen mit den letzten drei vergleicht ist mehr gerät ziemlich schwach hm äh äh keep you post äh studio ja ich werde dich ja ich werde dich auf Position behalten bisschen mehr herausfinden also dann äh gute Arbeit Scheiß oh hey war das ja Motto was hat er gesagt ja der Rest ist auch schon weg oh das sind gute Neuigkeiten vielleicht war äh haben wir uns über nichts Sorgen gemacht äh Mission fett äh Mission fertig gute Arbeit Team ja gut gemacht lass uns zum HQ zurückkehren ihr seid alle äh ihr seid alle frei bis zum bis zum der Untersuchung wenn irgendetwas passiert dann äh äh werde ich mich mit mich mit euch verbinden ja du verlässt den Bereich so oder ihr hmmm neue Demo in der Auktion wen haben wir denn die auf den die auf den sagten gut hat ein dritte gesicht sie zu so so General General Bear Okay Melding Frost Melding Frost ja okay ähm dann beende ich hier doch mal den Part und sag wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Leute ja dann bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen und ich hoffe euch hat der Part gefallen